Und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge meines Let's Plays. Heute möchte ich euch bereits am Sonntag begrüßen. Und wie versprochen werden wir heute Gülle ausbringen. Eigentlich hatten wir ja das Sonnenblumenfeld hier gemeinsam geerntet. Ja, aber ich bin beim Aufnehmen und Hochladen irgendwie komplett durcheinander gekommen und habe die Donnerstagsfolge gelöscht, obwohl die noch nicht hochgeladen war. Ja, gut. Aber wir werden gemeinsam hier Gülle ausbringen. Und wenn wir es schaffen, in der Folge jetzt noch gruppern. Ansonsten gruppern wir in der nächsten Folge. Ja, und ich denke mal, für Donnerstag werde ich mir irgendwas einfallen lassen, was wir anstelle der üblichen Hofbergbahnfolge dann dort machen können. So ist erst mal der Plan. Aber okay. Jetzt heißt es erst mal Gülle aufs Feld. Und das zum Sonntag. Ja, Wochenende war natürlich wie immer viel zu kurz. Aber gut, das nächste kommt. Kriegen wir also, denke ich mal, hin. Ja, Sonnenblume ist insgesamt ein voller Anhänger geworden. Und 10%. Ja, mit dem Durcheinanderkommen war jetzt natürlich mein Fehler. Aber gut, lässt sich jetzt erst mal nicht ändern. Machen wir einfach mal das Beste daraus. So, Vorgewende wäre geschafft. So, dann wollen wir mal fleißig weitermachen. Auch wenn unser Güllefass gleich schon wieder leer ist. Aber gut, da ist es auch schon leer. Fahren wir mal fix zu BGA. Also eher gesagt zum Gülle-Lager. Füllen das Festchen gleich mal auf. BGA. So, dann versuchen wir mal festzustellen. Wir haben einen Boxen im Läumen nach. BGA. Spannend BGA. 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 So, da sind wir auch schon. Geht ja recht fix. Ja, gestern kam ja die dritte Folge von Vergessen im Dorf. Ich denke mal, die kamen auch wieder so gut bei euch an wie die letzten. Na, ich lasse mich mal überraschen. Ich denke mal, in der nächsten Woche kann ich euch dann wieder mehr dazu berichten. Ja, zum Zeitpunkt der Aufnahme ist die Montagsvorrag schon online gegangen. Kam auch wieder ziemlich gut an, wenn ich mir so die Aufrufe ansehe. Ja, freut mich doch, wenn euch die Projekte so gut gefallen. Ja. So, dann geht es auch schon weiter. Denn wir wollen heute ja schließlich noch das Feld komplett schaffen. So. Ja, ich denke mal, so wie es aussieht, können wir heute wirklich noch mit den Gruppern starten. Heißt dann also, in der nächsten Folge werden wir die erste Winterfolge haben. Da werden wir uns dann schon mal um die Tiere kümmern. Ja, und am Dienstag, denke ich mal, können wir dann schon unsere Verkaufsfolge starten. Ja, so ist erstmal der Plan. Ja, keine Ahnung, ich bin wieder total durcheinandergekommen mit die Folgen, die ich schon fertig bearbeitet hatte. Und schon fertig hochgeladen. Ja, da ist die Donnerstagsfolge wohl komplett einmal untergegangen. Okay, Fehler passieren. Wir machen jetzt einfach mal das Beste draus. Sollte ja jetzt nicht das Problem sein. Ja, das ist auch gleich schon wieder leer. Ja, das dachte ich mir, dass das nicht komplett reicht. Aber gut, wir haben ja noch genügend Gülle auf Lager. Finde ich aber nett von dir, dass du das so anhältst. Ich bin so Scientists und ich bin so schnell festgelegt auf. Oder ich mich verwende es, das ist wirklich gut, wie ich mir das so anhältst. Also, ich bin so schnell festgelegt, dass ich es jetzt noch nicht einfach selbstbewusst hast. Ach so, dass es ist, dass ich nicht immer noch nachdenken. Aber ich arbeite große, dass du jetzt Denton oder einer solle Gerstrahl malnst. Ich gebe das Wasser jetzt noch nicht gerne. Und ich bin so gut, ich bin so fourth, es ist es noch nicht angeneig. Ich bin so gut, ich bin so gut. So, da sind wir schon da am Lager. Schön einmal fix auf. Geht ja recht fix. Ja, ich denke, da können wir auf alle Fälle in der Folge noch mit Kuppern starten. Ja, ich denke, da können wir auf alle Fälle in der Folge noch mit Kuppern starten. Ja, ich denke, da können wir auf alle Fälle in der Folge noch mit Kuppern starten. So, da sind wir auch gleich schon wieder am Feld. Gut. Achtung. Machen wir mal erst mal das hier fix weg. So, und dann können wir schon bei den kleinen Stückchen starten. So. 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 So, mal kurz spenden. So, mal sehen wie bei den 80% noch kommen. Ich denke mal einmal müssen wir auf alle Fälle nochmal auffüllen. Das wird nicht für das komplette Stück reichen. So, das sieht doch schon mal gut aus. So, mal kurz. Ja, ich denke mal, da müssen wir wirklich nochmal auffüllen. Das wird nicht reichen. So, mal kurz. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020